So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Max out Monday. Wie immer werde ich einen Titel Pokémon maxen, was ich mir selber ausgesucht habe und 5 Vorschläge aus der Community. Ihr könnt immer Vorschläge machen in den Kommentaren unter dem Video, habt ihr ja auch gemacht. Die von letzter Woche werde ich mir jetzt also ranholen. Ihr könnt unter dieses wieder Vorschläge machen für nächste Woche. Voraussetzung, ich habe ein 100% Pokémon von der Sorte und genügend XL Bonbons, sonst kann ich natürlich nicht maxen. Maxen heißt bei mir 50 und nicht 40 und das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ich habe jetzt mal geguckt, letzte Woche hatten wir bei Max out Monday 100% Cobalium Level 50 plus Zuschauerwünsche. Terrakium habe ich ja schon 100% auf 50, Cobalium haben wir jetzt hochgezogen, war ja da in den Rates. Jetzt habe ich XL gesammelt. Iridium habe ich geradet wie ein Irrer. Habe ich dann durch einen Glückstausch bekommen als 100% über 1000 XL. Das werden wir wahrscheinlich nächste Woche machen, außer es kommt was anderes dazwischen. Denn, was jetzt auch aktuell in den Rates war und direkt verschwunden ist wieder, ist Kiyurim. Und Kiyurim habe ich damals ein 100%iges bekommen, was ich hochgezogen habe auf Level 50. Aber, weil ich das Pokémon trotzdem cool fand und durch die Raid Mania gefühlt sowieso fast die XL Bonbons von alleine gekommen sind, habe ich mir gedacht, ich ziehe ein zweites hoch. Auch dieses hier, das war aus einem Raid von Seraph, das aus einem Raid von Badilb. Jetzt sehe ich gerade, ich wollte sagen, auch dieses hier ist Best Buddy, aber das ist ja gar keiner. Nur das, also nur das ist Best Buddy. Und das werde ich jetzt auch auf 50 machen. Plus versuchen, die neue Attacke zu erlernen. Denn dadurch, dass das ein altes ist, hat es ja natürlich nicht die neue Attacke gehabt, die es jetzt hatte, als es in den Raids war. Aber 302 XL habe ich hier, wir ziehen das jetzt hier erstmal hoch, 4041, ist also dasselbe wie drüben bei dem anderen. Wir werden hier direkt jetzt neue Attacke auch drauf geben. Und jetzt verlernen Blizzard, hat 130, genau. Wir brauchen dazu natürlich eine Top-Lade-TM. Davon habe ich noch 10 Stück. Ich habe 10 Top-Sofort und 10 Top-Lade gehen hier drauf. Wollen Blizzard vergessen und wollen Eiszeit erlernen, weil Eiszeit die heftige Attacke ist, die es jetzt hatte, als es in den Raids war. Und die hat 160. Dadurch wird das Pokémon ein bisschen besser. Was ich jetzt aber sehe, Stahlflügel ist wahrscheinlich wieder der größte Mist. Also Stahlflügel. Einfach mal ändern. Ihr seht, ich fange das Zeug immer und mache damit absolut gar nichts. Deswegen hat fast alles auch immer die falschen Attacken. Der hat Feuerodem, Blizzard, Drachenklaue. Der hat Feuerodem, Eiszeit, Draco, Meteor. Ja, lasse ich jetzt erstmal so drauf. Wenn was anderes ist, schreibt es in die Kommentare. Und da kriegt ihr natürlich hier noch den Level 50 Tag dran geschossen. Damit ihr seht, dass es auch ein Hunderter ist, bewerten wir den auch noch kurz. Hier, Kiyurim, 2.12.2020, Saragossa, Badilb. Badilb, Badilb, was gibt es Badilb eigentlich noch? Seraph haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen. Das müsste ich auch mal jetzt hoch machen. Jetzt haben wir auf jeden Fall 2 auf 4.041. Das sieht gut aus. Das klingt gut. Und jetzt machen wir das Kiyurim weg. Hatte gerade voll den Hänger. Und gehen mal in die Zuschauerwünsche rein. Und ihr wisst, die ersten 5 werden gemaxt, insofern es möglich ist. Dafür gehen wir hier auf Neueste und gucken, wer hat zuerst runtergeschrieben. Was ist zuerst möglich? Der SMG. Kannst du Actillas, egal welche Form. Frigometri, Rabigator und U-Hafni, also die Entwicklung von FM-Mexen. Wir gehen also mal auf das Erste, was da steht. Actillas. 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 So. Haben wir hier Hunderter auf 50. Aber, und da wir jetzt ja auch Familien-Maxen, nehmen wir uns einfach hier so eins. Ein Arc-Tipp und maxen das eben auch. Und dann sind wir auch schon wieder fertig mit dieser Familie. Denn das Hizui Actillas habe ich leider nicht. Ich habe ja nur 7 Raids oder so gemacht. Habe ein Shiny bekommen. Das war cool. Rest habe ich leider nichts. Machen wir hier auch. Zack. Level 50. 100% Tag dran. Dann ist der erste Vorschlag schon mal weg. Bei, äh, Rabigator weiß ich auf jeden Fall, dass ich keinen Hunderter habe, egal aus welcher Familie. Frigometri, Hammer, eins gemaxed, glaube ich, schon auf 100. Wäre also gar nicht gegangen. Gibt ja nur das eine. Und U-Hafni, habe ich, äh, bestimmt keine XL. Und deswegen ist das das Einzige, was sowieso gehen würde. Vier Vorschläge sind noch offen. Niklas Mann hier. Jan Mega, Cavalanzas, Legios, Paras. Jan Mega. Ich denke mal, Jan Mega an sich ist schon gemaxed. Wir könnten aber auf, ne, ist noch gar nicht gemaxed. Dann hat er jetzt Glück gehabt. Dann maxen wir einfach jetzt Jan Mega. Hey, genial. Glückwunsch, 3330 WP, Jan Mega auch gemaxed. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich finde es natürlich sowieso schöner, wenn wir Endentwicklungen maxen, statt Vorentwicklungen. Dann hat das ja eben die maximalen WP erreicht. Aber in letzter Zeit war es ja so schwierig, noch was zu finden, was überhaupt geht. Weil fast alles schon gemaxed war. Oder die Leute halt immer was vorgeschlagen haben, was halt gar nicht mehr ging. Jetzt Jan Mega. Freut mich, dass der jetzt auch hier fett bis ans Ende gezogen wurde. Sieht halt auch mies aus. 3330. 60? 30. 30. So, fertig. Hat jetzt zwei. Wir brauchen noch drei Vorschläge von euch. Benjamin Engel. Als Hunderter ist Cobalium tatsächlich nutzlos. Das sind die Attacken egal. Dann schlage ich Sichlor, Georock und Rizaros vor. Das lustige, Alpollo kann man sogar als Geistangreifer nutzen. Sichlor, Georock, Rizaros. Jetzt gehen wir mal hier, Sichlor. Ich glaube, bei Sichlor war es mega schwer, das Mega-Sherox zu maxen. Für Mega, weil ich immer keine Bonbons hatte. Jetzt haben wir eins gemaxed gehabt. Das heißt natürlich, dass uns für ein normales Sichlor auch die XL fehlen. Ich habe nämlich nur 97. Ich könnte nur 55 umwandeln. Gehen wir mal auf. Er hat ja hier Georock gesagt. Geo-Watts haben wir auf jeden Fall auf 50. Also brauchen wir natürlich Georock. Wir nehmen das normale. Alola. Pushen das jetzt auch einfach. Dann hat er sein Georock auf 50 mit 2145. Kriegt hier auch natürlich den Level 50-Tag dran. Das ist der dritte Vorschlag. Der passt. Wunderbar. Zwei Vorschläge. Also noch offen. Ab ins Tierheim. Meine Wünsche. Hisui Actillas. Aber wie gesagt, kein Hunder da. Alola Sneebel. Habe ich nicht. Weil ich habe keine Eier gebrütet. Ich habe die ganzen... Ach nee, Alola. Alola Sneebel. Alola Baldorfisch. Alola Fucano. Gala Vögel. Ich glaube, ich kann alles abdrehen. Davon geht gar nichts. Diese ganzen Alola Sachen. Habe ich alle nicht als Hunderter. Kam nur aus Eiern. Ich habe keine Eier gebrütet. Ich habe mir alle Dinge davon getauscht. So faul war ich. Bin ich ehrlich. Gala Vögel habe ich alle letztens gepusht auf Level 40. Habe ich alle in Glücks. Aber natürlich auch kein Hunderter dabei. Da kommt der nächste. Dr. Zayex. Bist du Team Blau? Dr. Zayex. Bist du Blau? Allgemein. Jetzt. Beim Schreiben des Kommentars. Ich habe doch. Man sieht doch den Bewertungsbildschirm. Man sieht doch alles. Und wie kommt man auf Blau? Bruder. Nicht verwechseln mit der Nudel. Wieso hat man, wenn du YouTube-Kommentare einblendest, so komischen Namen? Weißt du das? Weil du dir den komischen Namen bei YouTube oder Google gegeben hast als Alias. Das ist dein Alias, der angezeigt wird. Wenn du den jetzt änderst auf was anderes, dann steht auch was anderes da. Also bei manchen hier ab ins Tierheim. Valerope. Die heißen ja so im Spiel. Die heißen auch so hier in ihrem Alias. Die heißen auch sonst so. Also passt. Wer natürlich einen komischen hat. Wie? Ich glaube die meisten passen mittlerweile. Bei manchen stehen nur Zahlen und Buchstaben quer durcheinander. Die sollten mal ihren Alias bitte umändern oder anpassen, dass man auch noch weiß, wer die Leute überhaupt sind. Valerope sagt, Dragonier oder Dratini wären meine Vorschläge. Also da habe ich sicherlich Dragoran einiges gemaxed, aber Dragonier noch nicht. Das heißt, wir maxen jetzt Dragonier. Das ist eigentlich was, was ich vermeiden wollte, dass die Leute gezielt jetzt einfach Vorentwicklungen sagen. Es sollte eigentlich trotzdem so gehen, dass die Leute sich was suchen, wo sie die letzte Stufe wollen. Und falls die schon gemaxed ist, muss ich automatisch dann die Vorstufe machen, falls es eine da ist. Dass Leute gezielt jetzt die Vorstufen vorschlagen. Da wirst du hier nie dahin kommen, dass du die ganzen Endstufen fertig hast. Wenn sie jetzt nur Vorstufen von irgendwas sich... Naja, egal. Aber wenn es eine Vorstufe, eine Endstufe gibt und die die Vorstufe sagen, dann hast du ja doch irgendwann hinten raus. Also es ist kompliziert. Dragonier 2012, aber eigentlich auch nicht. Einer ist noch übrig. Gruß an Valerope. Balou sagt jetzt Glumandea. Bisa Samenquiegel, Jorup, Kiesling, Schnee bedeckt. Glumandea. Wir geben mal Glurak ein. Jetzt muss ich mal gucken. Das haben wir fertig. Das haben wir auch fertig. Guck mal, wir haben X, wir haben Ypsilon. Wir haben Glutexo fertig. Und das heißt, Glumandea ist übrig. Wir machen einfach die Glumandea-Familie voll. Und dann ist Glumanda abgehakt. Die ganze Glumanda-Familie. Leider Gottes. 1108 Level 50 Vetch. Da seht ihr doch mal alles. 3266, 1868 und 1108. Das hier kann man eigentlich wegschmeißen, weil das macht man damit nix. Das ist eigentlich nutzlos. Dann waren das schon wieder fünf Vorschläge aus der Community. Und von euch, wer jetzt nicht dran war und nicht vorgelesen wurde, nicht aufgeben. Schreibt trotzdem eure Vorschläge in die Kommentare. Es wird wieder so sein, dass manchmal welche drankommen, was nicht möglich ist. Oder welche, was doppelt und dreifach ist. Und man dann auf den nächsten geht. Durch die Neuregelung der Vorstufen ist es halt so, dass es jetzt wieder relativ fix geht. Wir haben es schon gehabt, dass bei 30 Kommentaren wir alle 30 durch waren und haben nichts gehabt, was wir maxen konnten, weil es einfach nicht gepasst hat. Deswegen. Neue Regelung bringt ein bisschen neuen frischen Wind rein. Aber mein Titel Pokémon wird trotzdem, ich versuche immer irgendwie was Besonderes trotzdem rein zu hauen. Weshalb sich die Folge ja eigentlich schon vielleicht lohnt. So, so ein Keilriemen. Wo siegelt sich das eigentlich an? Wir können mal hier rein. Nochmal gucken. Hier. Wie war das? Deine ganzen besten Pokémon und stärksten Pokémon sind alle nur Fake und Scheiße und Dings. Ich will ja gerne mal wissen, wie man es schafft, durch Trades ein Krypto Mewtwo zu bekommen. Geht gar nicht. Kannst du gar nicht traden. Ich will mal wissen, wie er gezielt mit einer Map 100% Kyokre abgreifen will. Das geht auch gar nicht. Also, die besten und stärksten Pokémon bei mir sind, weiß Gott, fast einfach alles Raid-Pokémon. Legendäre 100er Raid-Pokémon mit 100 EV. Wofür einfach viel Geld und viel Zeit verschleudert wurde. Hier, Darknet. Den hast du dir getradet, so lange, bis er endlich 100 wurde. Kannst du gar nicht tauschen, Bruder. Deswegen. Wo haben wir jetzt hier unsere... Ja, die sind ganz unten angesiedelt. Hier. Vor Rigi-Rahmen und vor Sekrom sehen wir Seraph und Badilp. Und du willst mir jetzt nicht sagen... Ich habe noch ein 100er Rigi-Rahmen. Also, das ist kein 100er, aber ich habe hier noch ein 100er. Das heißt, ich habe zwei 100er Rigi-Rahmen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Weil eins ist ja schon gemaxed. Jetzt entdeckt man plötzlich Sachen hier im Beutel. Das hier ist doch gemaxed und das andere eben nicht. Müsste man bei Rigi-Rahmen jetzt auch eigentlich Gas geben und mitmachen und Spaß haben. Daher machen wir nicht. Es reicht jetzt. Jetzt ist gut, Rigi-Rahmen. Beruhige dich. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und wenn ihr noch Ideen habt fürs Maxen, schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.